Hallo allerseits! Hier findet Ihr einen weiteren Beitrag von Autodoc Video-Tutorials zum Ersetzen von Autoteilen. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. Verabschiedet Sie ein. 14. Däumieren Sie den Befestigendelementeten und die Befestigungspunkte. 15. Schrauben Sie die Befestigungspunkte. 16. Entfernen Sie die Befestigungspunkte. 17. Schrauben Sie die Befestigungspunkte an. 17. Lösen Sie das Befestigungspunkte an. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc App kaufen. Vielen Dank fürs Anschauen. Bitte schreiben Sie einen Kommentar, wenn Sie dieses Video hilfreich fanden. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok.